Hallo und herzlich willkommen auf MOCSCOUT, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klembausteinen. Heute haben wir wieder ein Alternative-Bild hier stehen, nämlich das Café-Restaurant, das Rebrickable MOC mit der Nummer 71223. Und das ist ein Alternative-Bild der 10264-Eck-Werkstatt, nicht Eck-Garage, das ist ja der falsch übersetzte Titel. So, hier seht ihr es stehen, das ist 2021 rausgekommen, also relativ neu. Wenn ihr es bauen wollt, braucht ihr die Eck-Garage-Eck-Werkstatt, die kostet euch gerade so 170 Euro, wenn ihr es ein bisschen günstiger kriegt. Ihr müsst normalerweise nicht die 180 Euro von Lego veranschlagt bezahlen. Und von den 2569 Teilen, die da drin sind, werden hier drin 1784 verbaut. Von den Dimensionen her ist es überschaubar, 27 Zentimeter bis hier oben zur Antennenspitze. Die Basis ist klar, es ist eine 32x32er Baseplate in 10, von daher sind es 26x26 Zentimeter. Der Designer ist absolut kein Unbekannter, das ist nämlich Gabison oder How to Build It. Es ist synonym, es ist im Prinzip beides das Gleiche. Was wissen wir über Gabison? Inzwischen schon ein bisschen mehr. Der haut ganz, ganz viele Sets raus, ganz viele Alternative Builds, der hat ein unglaublich großes Portfolio, aber diese MOCs haben alle eine Sache gemeinsam. Es sind zum allergrößten Teil Digitalprojekte und das merkt man den Sets auch an. So, Gabison möchte für seine Sets, für seine MOCs Geld und wir werden heute sehen, ob diese Sets oder ob dieses Set das Geld wert ist. So, Altersgruppe würde ich sagen 8 plus. Es ist relativ einfach zu bauen und es gibt keine Aufkleber. Es gibt ein paar Prints, die eben drin sind in der 10264. Wenn ihr die Anleitung, die kostet euch 10 Dollar, gibt es auf Rebrickable, ist ein PDF, ist auch ein sehr gutes PDF. Man kann das Ding damit bauen. Allerdings enthält es ein paar kapitale Fehler. Es gibt nämlich unmögliche Bautechniken. Wie kommt sowas? Das habe ich selber auch schon erlebt. Wenn ich ein Mock designe in Studio, dann behauptet Studio, dass manche Sachen gehen und wenn man es dann tatsächlich baut, merkt man, es geht doch nicht, weil die Kollisionsabfrage in Studio eben nicht ganz korrekt ist. Vor allem, wenn man zum Beispiel ein paar Stuts hat an der Seite, also nicht nach oben die Noppe, sondern an der Seite und man versucht eine Plate über mehrere Brickhöhen dran zu klatschen, da hat Studio ein Problem. Da erzeugt es immer wieder Fehler und das merkt man hier so als Paradebeispiel und das zeigt einfach, dass dieses Set niemals aufgebaut wurde. Es ist ein reines Digitalprojekt. So, wenn es um interessante Steine geht oder die Figuren von der 10264, würde ich euch mein Video dazu ans Herz legen. Da bin ich darauf eingegangen, was es hier an interessantes Material drin gibt. Ich gehe in diesem Video nur auf dieses Mock, dieses Alternative Bild ein. Wie gesagt, bautechnisch ist das hier unspektakulär. Es gibt ein paar interessante Sachen, wie zum Beispiel hier dieses Kaffeezeichen. Das ist schön gemacht, aber ansonsten ist das hier sehr einfach gehalten. So, was kriegt ihr? Also, ihr kriegt übrigens noch einen Roller hier, seht ihr hier, gleich wieder auf die Seite. Und ihr kriegt ein modulares Gebäude. Das hat 1, 2, 2,5, 3 Stockwerke und ist vollkompatibel als Eckgebäude einsetzbar in der modularen Stadt. Allerdings ist es da sehr niedrig. Da muss man gucken, ob das reinpasst in die Optik von der eigenen modularen Stadt. So, was gibt es da drin? Da unten drin ist ein Café-Restaurant. Oben drin ist ein Tierarzt. Es gibt den Tierarzt auch in der Eckwerkstatt, von daher war das hier naheliegend. Und oben drin ist nichts. Und daneben steht ein Grill, den gucken wir uns gleich nochmal genauer an. So, wir gucken einmal drumherum. Vorne seht ihr hier den Eingang mit diesem schönen Schild, mit hier Blumenkästen und der Optik hier mit diesen Sand-Blue-Fenstern und Dark-Orange-Steinen. Ist nichts Neues. Separat hier ist der Eingang zum Tierarzt. Da ist auch hier diese schöne bedruckte Fensterscheibe wieder drin, in Anspielung an den Indiana Jones. Und dann auf der Straße abgewandten Seiten seht ihr hier die Konnektoren. Die machen das Ganze kompatibel als Eckgebäude. Ansonsten sind die Rückseiten völlig unspektakulär. Hier haben wir ein bisschen bunte Steine, aber das stört, finde ich, nicht klar. Wenn man ein Alternative-Bild hat, gehen einem irgendwann die Bricks aus. Ist geschenkt, passiert. So, sind wir wieder vorne angekommen und jetzt schauen wir uns mal das ganze Stockwerk für Stockwerk an. Ich hebe mal das obere Dingsbums hier ab und ihr merkt schon, da bleibt schon was hängen. Hier bleibt ein Bracket hängen und zum Thema Stabilität müssen wir noch ein bisschen was sagen bei dem Set. Das fängt schon beim unteren Stockwerk an. Also ihr seht hier die Straße, die ist schön gefließt und was fällt uns auf, wenn wir uns die Türen angucken? Ja, die sind überhaupt nicht befestigt. Da ist nur eine Lage Teils obendrauf. Hier diese Bereiche sind nicht befestigt. Also im Normalfall kennen wir das vom modularen Gebäude, dass man erst mal die Wände hochzieht und dann ein bis zwei bis drei Lagen Plates und Teils das Ganze stabilisieren. Fehlt hier. Das ist auch nicht stabil. Das hier ist auch nicht stabil. Also das ist alles sehr, sehr locker. Hier hinten haben wir übrigens auch nochmal quasi nicht verbundene Wände. Ja, hier geht der Spalt von oben nach unten. Warum sage ich das vorweg? Weil es einfach ärgerlich und unnötig ist. Das sind die typischen Krankheiten von einem schnell, schnell hingerotzten Digitalprojekt. Und ja, das ist auch schön hier. Von außen macht es ein bisschen was her. Und wenn es umsonst wäre, dann würde ich nicht so ein Ding draus machen. Aber ich muss leider bei Gabison immer wieder ein Fass draus aufmachen, weil Gabison einfach schlampig arbeitet. Der möchte Geld dafür, der macht das offensichtlich hauptberuflich, haut die Dinger zack zack raus. Und ja, es ist einfach deutlich schlechter im Vergleich zu anderen Alternative Builds. So, also gucken wir trotzdem mal rein. Ich reg mich wieder ab. Und hier seht ihr die wirklich schön designten Blumen vorne. Die Blumentöpfe gefallen mir gut. Man sieht auch gut rein. Und jetzt kommen wir zu einem großen positiven Faktor in diesem Alternative Build. Wir haben hier sehr viel Platz. Also hier ist im Prinzip ein großer Raum. Nebendran seht ihr nochmal hier einen Treppenaufgang zum Tierarzt hoch. Das ist klar, dass wir den brauchen. Aber ansonsten haben wir hier einen großen Raum, der bespielbar ist. Ja, also zwei Tische überall stehen, also im Prinzip drei Tische, das ist noch ein Ecktisch. Und überall stehen Senf und Ketchup rum. Das ist auch sehr schön, gefällt mir auch gut. Wir haben eine Theke, da gibt es irgendwie so Kekse und eine schön designte Kaffeemaschine. Das ist vielleicht so das Highlight hier in dem Set, dieser Kaffee-Vollautomat da hinten. Ja, der ist sehr, sehr schön gemacht. Und dann steht da hinten noch ein Wagen, vielleicht für Fässer oder für irgendwas, was man reinschleppen kann. Das Problem ist nur, dass das Kaffee hier nur einen Eingang vorne hat. Das heißt, man muss alles vorne reinkarren. Da wäre es irgendwie schön gewesen, man hätte irgendwie noch einen separaten Eingang hier rüber gehabt, also als Lieferanteneingang. Naja, auf jeden Fall. Lagerraum gibt es übrigens auch keinen. Auf jeden Fall, wenn ihr euch mal hier diese Stühle genauer anguckt, wird euch was auffallen. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt. Diese Stühle sind nicht benutzbar. Also für eine Minifigur sind sie nicht benutzbar. Denn sie sind zwar als Stuhl angedeutet, aber wenn ich da eine Minifigur draufsetze, dann hängen die Füße auf den Tisch. Ja, und das kann ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein. Und also da ist ein Haufenteil übrig geblieben. Man hätte das sicherlich anders machen können, dass man hier wirklich Minifiguren hätte platzieren können. Ja, da wurde überhaupt nicht drüber nachgedacht. So, ansonsten seht ihr eigentlich auf den ersten oder auf einen Blick, was hier alles drin ist. Ich kann es mal nochmal drehen. Da seht ihr noch das Oktan-Logo da an der Wand kleben. Nochmal eine Blume hinten in der Ecke. Das ist spartanisch, da ist nicht so viel los. Es ist schon das Nötigste drin. Man kann hier Figuren rumzappeln lassen, rumstiefeln lassen. Aber ansonsten geht hier nicht wirklich viel. Das ist auf einen Blick klar erkennbar, was es ist. Auf der Seite haben wir hier auch nochmal ein paar bedruckte Teils hier. Der Ecktisch da hinten, den seht ihr auch jetzt besser. Ansonsten, was schön ist, ist, dass hier alles befestigt ist. Es gibt keine lockeren Teile, die rumfliegen. So, jetzt kommen wir zu der ersten Bautechnik, die, sagen wir mal, problematisch ist. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie das hier gemacht ist mit dem Fenster. Also, das ist quer gebaut. Das heißt, es hängt an ein paar Stats, an 1, 2 Stats, die hier in dem Bereich an den 1x1 Bricks dran sind. So, jetzt seht ihr hier einen Spalt. Wodurch entsteht dieser Spalt? Der Spalt entsteht dadurch, dass quasi die Abstände hier nicht korrekt sind, dass man hier mit den Stats diese Plates halten könnte. Das geht einfach nicht. Das gibt der Stein nicht her. Deswegen ist das hier Murks. Das fällt bei Studio aber nicht auf. Und wenn das gebaut hätte, wäre es ihm aufgefallen, dass das hier nicht geht. Das geht immer nur mit Spalt. Und hier oben merkt ihr auch, die sind alle so ein bisschen leicht gewölbt hier. Das sitzt alles nicht so genau. Ich sage mal so, an der Stelle ist es verschmerzbar. Aber wir kommen jetzt zum nächsten Stockwerk. Und da ist es nicht mehr verschmerzbar, weil es schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert. Überhaupt nicht mehr. So, ich nehme jetzt mal hier den Deckel oben ab und wir gucken uns das nächste Stockwerk an. So, erstmal zu den schönen Dingen. Hier das Café. Ja, dieser Schriftzug gefällt mir gut. Ist schön gemacht. Auch hier wie dieser Blumenkübel, dieses Fensterbrett hier realisiert es ganz, ganz schön. Auch diese Uhr hier, die erinnert ein bisschen an die Uhr aus der Brickbank. Auch schön gemacht. Dann haben wir hier noch eine Lampe, einen kleinen Balkon mit Blümchen. Alles ganz, ganz schön. Schöne Deko hier mit diesen kleinen Fliesen hier, diesen Quarter Circle Fliesen. Und hinten dran haben wir schon gesehen, da ist nichts. Ist eine schöne Dark Orange Wende. So, jetzt kommen wir zu dem erheblichen Problem, wie ich finde. Also, was fällt euch auf? Ja, hier, diese Geschichten hier, müssten eigentlich sitzen. Hier an der Wand, direkt an der Wand sitzen. Ja, so sieht das aus. Das ist die gleiche Konstruktion wie unten an dem Fenster. Also, zwei Stats halten eine Plate. So, das geht aber nicht. Ja, diese Abstände hier sind nicht kompatibel mit den Noppenaufnahmen hier in dieser Plate. Es ist schlicht nicht möglich, diese Plate da zu befestigen. Genauso auf der anderen Seite hier. Ja, ist genau das gleiche Problem. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist, dass die Dinge hier irgendwie so locker dran klatschen, dass es nur oben hängt. Aber es ist einfach Murks. Und auch wenn das Gebäude insgesamt schön gelungen ist an vielen Stellen, zeigt einfach das hier, dass das nicht mit Liebe gemacht wurde, sondern einfach, es ging nur um Schnelligkeit, nur um Geschwindigkeit und um Geldmacherei. Das ist, aus meiner Sicht ist das pure Geldmacherei. Das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass hier jemand mit Liebe Mox designt. Also da gibt es andere Leute, die Alternative Builds zur Eckgarage gebaut haben, die sind zehnmal besser. Ja, und auch unter Umständen unwesentlich teurer. So, nächste Geschichte hier. Diese Tür ist ganz, ganz wenig nur befestigt. Da kann man, das kann man ganz leicht eindrücken. Das ist an vielen Stellen hier so, dass einfach die Bereiche nicht befestigt sind. Ja, da seht ihr hier, die Wand ist einfach mit dem Türbereich nicht befestigt. Oder auch hier in dem Bereich, da haben wir auch einen Spalt hier. Ja, da ist, hier seht ihr das besser, ja, das ist nicht miteinander verbunden. Es ist bis oben hin quasi in den Spalt, der geht, keine Ahnung, bis fast nach ganz unten. So, sorry, tut mir leid, ich bin immer wieder im Meckern über dieses Gebäude und vergesse darüber, was es da drin noch alles gibt. Hier seht ihr den Bereich des Tierarztes. Das ist der Wartebereich. Also hier, genau wo mein Daumen ist, kommt die Treppe hoch. Das ist der Zugang aus dem Café. Das heißt, man muss durchs Café durch und kommt dann in den Wartebereich des Tierarztes. So, da ist der, oder ja, man könnte sagen, es ist der Wartebereich des Tierarztes. Aber was mir gerade auffällt, ich habe gedacht, das ist der Wartebereich des Tierarztes. Ist es aber gar nicht, denn da ist gar keine Tür. Ja, fällt mir auch gerade erst auf. Da ist keine Tür drin. Das ist quasi also offensichtlich noch ein Lounge-Bereich des Cafés. Ja, bitte ich um Entschuldigung, habe ich zuerst falsch gesagt. Also, ein Lounge-Bereich des Cafés, kann man sich hinsetzen, kann man noch was lesen und kann auf den Balkon rausgehen. So, alles Kaffee. So, zum Tierarzt gibt es dann noch den separaten Zugang hier, da, wo mein Daumen gerade zu sehen ist. Und da steht man dann sofort beim Tierarzt drin. Also da gibt es keinen Wartebereich. Okay. Beim Tierarzt, jetzt ist das eins der wenigen lockeren Teile, hat sich jetzt hier verabschiedet. Das ist aber nicht schlimm. Es ist nur ein lockeres Teil, das setze ich mal da wieder rein. Nein, das soll auch kein Kritikpunkt sein. Da seht ihr einen Frosch drin sitzen in diesem kleinen, transparenten, aus Peneln kreierten Behälter. Dann sitzt noch ein Hase auf dem Tisch. Dann ist noch eine Schere und eine Spritze. Dann auf dem Nebentischchen in der Ecke ist mit einem Gelände ein kleiner Käfig realisiert. Und dann haben wir hier ein doch zugegebenermaßen schön realisiertes Aquarium. Ihr seht da diesen orangenen Fisch drin. Mal gucken, ob das geht, dass ich das rausnehme, ohne dass hier alles zusammenkracht. Ja, hier also mit Schubladen, mit Fisch drin, mit ein paar Blättern drin ist das hier nett gemacht. Der wird durch diese Plate Modified mit Clip gehalten. Gut gemacht, ja. Schön. Und kann man auch gut rausnehmen tatsächlich. So. Also hier seht ihr, was da drin los ist. Nicht viel. Jetzt haben wir ein Logikproblem mit der Treppe. Das haben wir bei beiden Treppen. Man kommt nämlich hier hoch und dann ist die letzte Treppenstufe ungefähr auf der Höhe. Das heißt, man hat ungefähr diese eine Reihe Plates als Minifigur, um da irgendwie sich rüber zu bewegen. Also irgendwie auch nicht so optimal. Aber verblasst so ein bisschen als Kritikpunkt. Gilt übrigens auch für diese Treppe und gilt auch für diesen Zugang zu diesem Warte-Lounge-Bereich, wie auch immer. Das ist übrigens noch ein bisschen Grünzeug in der Ecke. Also ihr merkt schon so ein bisschen meine Motivation, so auf die Details einzugehen. Die geht so ein bisschen runter mit der Qualität der Sets. Vor allem, man könnte jetzt sagen, hey, Alter, warum testest du immer noch Sets von Gabi? Sondern du weißt doch, was dich erwartet. Ja, ich habe halt einfach die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und wenn man die Sets auf den ersten Blick sieht, dann sind sie ja auch schön. Ja, und das gefällt mir hier auf den ersten Blick auch. Aber wenn man es dann baut, und das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass ich es baue, dass ihr es nicht bauen müsst, dann merkt man einfach, wo es überall hakt und krankt. Ja, und Leute, wenn ihr Alternative Builds braucht zu der 10264, Leute, geht zu Versteinert. Geht zu anderen. Steinekönig, ja, also die können das besser, deutlich besser. So, also, hier haben wir jetzt das Dachgeschoss. Und hier haben wir dieses durchgehende Deko-Element. Das ist ganz schön. Ein bisschen ein Problem ist, ihr seht, diese Brackets, die hängen hier unten ein bisschen über. Das heißt, wenn man das ein bisschen zu schwungvoll auf die Tischplatte stellt, dann hebelt es diese ganzen Brackets hoch. Muss man ein bisschen aufpassen, aber kriegt man im Normalfall hin. So, also, hier haben wir dann noch ein kleines Räumchen. Wir brauchen ja irgendeinen Dachzugung. Da lässt sich auch hier der Deckel abnehmen. Und dann gucken wir mal rein. Da ist nichts drin. Nada. Gar nichts. Auch ein bisschen schade, dass man hier mit den ganzen verfügbaren Steinen nicht noch was reindesignt hat. Aber ihr müsst mal gucken, wie viel Mox der Gabi Son schon rausgehauen hat. Ich weiß nicht, wie lange an sowas arbeitet. Wahrscheinlich zwei Tage im Höchstfall. Ja, eher wahrscheinlich nur einen. So, hier haben wir dann auch einen schön designten Grill. Das ist ein tolles Element. Gefällt mir gut. Und da ist auch mit Rot hier eine Round, 2x2 Round Plate drin. So ein Paddy, was kurz vor der Fertigstellung ist. Und das ist da auch nicht fest drauf. Wenn ich hier die Klappe ein bisschen hoch mache, dann rutscht das weg und haut ab. Jetzt ist es mir hier doch ein Stückchen weiter weg. Man kann es aber einklemmen mit dem Deckel. Ja, von daher ist das jetzt für mich nicht unbedingt ein loses Teil, weil es lässt sich tatsächlich hier so einbinden, dass es nicht irgendwie abhaut. Von daher in Ordnung. Dann sieht man noch ein bisschen ein Hackeballchen daneben. Wofür man ein Hackeballchen am Grill braucht, ist mir ein bisschen schleierhaft. Aber auf jeden Fall sieht das hier nett aus. Jetzt gibt es hier nur ein Problem. Hier ist nämlich ein Stuhl mit einem Schirmchen. Und dieses Dach hier ist aus ganz vielen kleinen Plates zusammengebastelt. Ja, ist okay. Aber diese Stelle hier speziell ist eine Schwachstelle, wo dieser Stuhl ist. Wenn ich dann nämlich eine Minifigur draufsetze, dann Vorführeffekt. Ja, also auf jeden Fall, wenn man das macht und machen wir jetzt einen richtig guten Vorführeffekt hier, dann drückt es hier das, drückt diese Platte hier raus. Ja, diese 4x4 Platte. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Kraft aufwenden müssen als in meinem ersten Test. Ich habe es, glaube ich, danach zu fest wieder zusammengedrückt. Aber wenn jemand das nicht weiß und eine Minifigur versucht, drauf zu drücken, und da übt man halt auch ein bisschen Druck aus, und so ging es mir beim ersten Mal, dann haut es hier tatsächlich ein Stück von dem Dach raus. Und man setzt die Minifigur ja nicht unbedingt drauf, während man das Dachteil separat in der Hand hat, sondern das macht man, wenn das Gebäude quasi als Ganzes vor einem steht. So, hier ist auf jeden Fall wieder Platz zum Spielen, Platz, um Minifiguren zu drapieren. Also Spielen ist relativ. Man kann hier Minifiguren platzieren, aber mehr auch nicht. Hier übrigens der Deckel mit so einer kleinen spartanischen Antenne. Ja, hier wurden einfach noch aus vielen kleinen Teilen wurde das hier irgendwie zusammengefügt. Und okay, ja, ist jetzt nicht super schön, aber es funktioniert. Von daher soll das jetzt mal kein Kritikpunkt sein. Und ich finde, wie gesagt, das Gebäude von außen auch schön. Das stört mich eigentlich gar nicht, die Optik. Sie ist jetzt nicht spektakulär, ja, sie ist durchschnittlich, ansprechend. Es ist so ein Gebäude, das sieht man und sagt, okay, hey, bauen wir mal. Aber was mich tatsächlich stört, sind die Fehler, die dieses Gebäude hat. Und ich bin jetzt, denke ich, genug drauf rumgeritten. Also, was kann dieses Gebäude, was ist positiv, was ist schön? Ah, der ist guter hier, der fehlt. Optik, ja, die Optik sieht gut aus. Der Bau ist leicht, bis eben auf die Fehler. Da muss man dann halt da irgendwie so, ja, improvisieren wie ich hier. Man kann halt bis zu einem gewissen Grad improvisieren, weil es geht halt einfach nicht. So, und es gibt viel Platz zum Spielen, also zum Figurenplatzieren. Das Schild ist schön umgesetzt, gefällt mir gut. Das Aquarium ist schön umgemacht, schön gemacht. Und es gibt wenig lose Teile. Das sind Stärken, diese Sets, dieses Alternative Builds, dieses Mox. So, negativ, Digitalprojekt ohne Optimierung, ja, hier wurde theoretisch optimiert, praktisch nicht. Es ist nicht stabil, es hat unmögliche Bautechniken und unlogische Treppenaufgänge, ein instabiles Dach, ja, wie mit dem Stuhl. Sagen wir mal so, den können wir gerne auch ausklammern, den Punkt, wenn ihr sagt, das habt ihr jetzt hier nicht richtig demonstriert gesehen. Okay, aber wir haben trotzdem noch genug andere Kritik. Es ist tatsächlich so, die Stühle sind im Café nicht wirklich benutzbar, ihr habt es gesehen, das ist nicht logisch. Und es ist insgesamt mit dem leeren Dachgeschoss ein bisschen ideenlos und wenig innovativ. Man hätte da deutlich mehr draus machen können aus dem Material, was man hier hätte oder was man eben hat. So, insgesamt ist mein Eindruck hier das Übliche von Gabison. Leider, ich gebe ihm immer wieder eine Chance und er ernüchtert mich immer wieder. Es sieht toll aus, aber ja, es ist halt einfach nicht so gut wie andere Mox Alternative Builds, weil einfach viele Fehler dran sind, die man ganz, ganz leicht erkennen könnte, wenn man es halt einfach mal baut. Aber dafür hat er keine Zeit, weil er einfach nur die Entwürfe raushaut. So, Kinderkrankheiten und auf den ersten Blick schön, aber technisch einfach nicht gut. Ist einfach so. So, für den Preis, den er veranschlagt, die 10 Dollar, ist es zu teuer, definitiv. Und nicht gut genug und es gibt deutlich bessere Alternativen, habe ich vorhin schon gesagt. Guckt rein bei Steinekönig, bei Versteinert. Meines Wissens sind das die beiden, die haben wirklich sehr, sehr schöne Alternative Builds gemacht dazu. So, also, keine Empfehlung von mir. Wenn ihr das gerne mal selber über euch ergehen lassen wollt, macht es. Oder wenn ihr es nur hinstellt, um es nie wieder anzufassen, mag es vielleicht okay sein. Aber selbst damit hier, ja, ich habe genug drüber gesagt. Kommen wir zu einer Wertung. Spielspaß. 2 von 5 Bricks unterdurchschnittlich, weil wir haben theoretisch viele Möglichkeiten, aber ansonsten gerne eine Leere oder eben keine Interaktionsmöglichkeiten. Bauspaß ist okay, bis auf die Fehler hier. 3 von 5 Bricks. Stabilität. Ja, ihr habt es gesehen. 3 von 5 Bricks gerade noch so, weil eben viele Sachen auch stabil sind. Das darf man hier nicht vergessen. Die Optik ist durchschnittlich, ist okay, gefällt mir ganz gut, aber eben auch nur 3 von 5 Bricks. Der Preis für die Anleitung, sie ist zu teuer für das, was ihr kriegt. Nur 2 von 5 Bricks. Und so komme ich zu meinem Gesamturteil. Das sind gerade noch 3 von 5 Bricks. Ich möchte hier versuchen, fair zu sein und das Gebäude hat auch Stärken. Wie gesagt, etliche Leute bauen sich ihre Sets, ihre Alternative Builds nur, um sie hinzustellen in der Stadt. Und dafür ist es ausreichend und von daher durchschnittlich. Daher 3 von 5 Bricks eben gerade noch. So, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Vielleicht stören euch solche Instabilitäten ja überhaupt nicht. Vielleicht habt ihr mit Gabison ganz andere Erfahrungen gemacht. Mein Eindruck ist bei Gabison, der hat ganz viele Fans, aber ganz viele oder ganz wenig Leute bauen die Dinger tatsächlich. Ja, okay. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt die Daumen hoch. Lasst vielleicht sogar ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal mit dem nächsten Mock Alternative Build oder auch irgendwas anderem, was mir einfällt, auf Mock Scout.